Ich selber beobachte gar nicht mehr sonderlich viel das System, weil das System tut ja immer dasselbe. Deshalb beobachte ich eher immer wieder die Leute im System, was sie so machen auf ihrer Spielwiese, also die aufgespaltenen Gruppierungen, die einseitigen Linken und einseitigen Rechten und wie sie so heftig streiten die ganze Zeit, weil sie echt aufrichtig meinen, dass sie mit ihren einseitigen Konzepten einen echten Lösungsansatz hätten, die echt aufrichtig denken, sie müssten sich nur durchsetzen und dann könnten sie die Realität für sich nach ihren Wünschen ändern. Die denken, sie könnten mit stark linker oder mit stark rechter Politik das System ändern. Aber die Linken können den Kapitalismus nicht abschaffen und die Rechten können die Einwanderung nicht abschaffen. Wie ich ja zuvor erklärt habe, Finanzmarktkapitalismus, Wachstumszwang. Die Wirtschaft kann nicht wie gewollt wachsen, wenn die Bevölkerung schrumpft, aber die Geburtenrate ist ja niedrig. Ich selber beobachte das alles scheinbar arrogant distanziert, wie eine Art Social-Media-Unterhaltungsprogramm. Aber ich behaupte ganz im Gegenteil nicht aus Arroganz oder gar Narzissmus. Ich bin ja völlig gegen Arroganz und Narzissmus und zwar eben bei mir. Ich will an mir persönlich keine Arroganz und möglichst keinen Narzissmus haben, also so wenig wie möglich. Und zwar nicht aus Idealismus, sondern aus Egoismus. Weil ich denke, dass ich weiß, dass das garantiert im Innersten der Seele unglücklich macht. Beziehungsweise, dass das schon Schritte oder Tendenzen in die falsche Richtung sind. Das Glück, das ich kenne, liegt woanders. Aber das ist ein anderes Thema. Man kann das System meiner Meinung nach nicht ändern, weil das System meiner Meinung nach gar nicht mehr unter der Kontrolle von Menschen ist. Das glauben viele, aber scheinbar zwar vielleicht schon, aber nur, bis man zu der Erkenntnis kommt, dass das System auch im Wesentlichen unverändert bleiben würde, wenn eine ganze Reihe von extrem mächtigen und einflussreichen Leuten, sagen wir mal 100 Jahre alt oder noch älter wären und schließlich an Altersschwäche sterben würden. Das würde das System meiner Einschätzung nach, beziehungsweise so gesagt meiner letztendlichen Analyse nach, keineswegs sonderlich ändern. Weil das System ist meiner Meinung nach nicht zum Beispiel das Wirtschaftssystem oder das Finanzsystem, sondern das System ist die Psychologie der Menschen. Also das System ist technisch irrekomplex, aber inhaltlich einfach nur die unmittelbare, direkte, beziehungsweise direkteste Manifestation der Psychologie der Menschen an sich. Nicht des Menschen an sich, das wäre wiederum Schwarzmalerei oder einseitiger Pessimismus, aber der Menschen in der Summe. So, das Video wird lang, ich mache wahrscheinlich lieber mal einen Schnitt. So, das Video wird lang, ich mache jetzt mal einen Schnitt.